Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Halo The Master Chief Collection Episode Halo Reach diesmal und wir sind auf Reach und haben festgestellt, scheiße, hier ist die Allianz unterwegs. Eigentlich wollten wir ja nur, in Anführungszeichen, Aufständische in ihre Schranken weisen, aber dabei sind wir über eine kleine, nein nicht Invasion, aber einen Trupp. Was willst du? Also ich will eine Anbott machen, mein Gott. Jetzt sind wir über eine Trupp Allianzler gestoßen, die sich hier auszubreiten scheint und mögen wir nicht. Ich bin ein bisschen nervös, Kerle, kann das sein? Ja gut, hier draußen sind wir jetzt gerade auch von einer Horde angegriffen worden und die stehen eigentlich quasi hier vor der Tür. Aber es ist ein neuer Level-Abschnitt, da ist alles nicht mehr da. Non-existent, egal. Die Noble-Charaktere hier, da muss ich immer dran denken, an XCOM, an XCOM ließ sich ja, äh, dieses Strategiespiel XCOM ließ sich ja modden, wie blöd. Und ich hab meinen Squads häufig die, die Spartan-Rüstungen gegeben von den ganzen Halo Reach-Teilen. Ich hatte ganz Noble dabei, auch den hier, den George. Ja, dann machen wir das nochmal. Das ist der Rest ihrer Einheit. Wir wurden getrennt. Es klang nicht gut über Funk. Okay, Corporal, nicht bewegen. Wir holen einen Militärarzt. Mist. Plasmaschäden. Hier ist etwas. Das nehm ich, Sex. Nicht ihr Bereich. Der hier lebt noch. Na komm, raus mit dir. Medien innen. Nee. Ist schon gut. Wir tun dir nichts. Sturz, Paxi. Halt still. Dann lass ich los. Mac, it's Warnack. Startungsbericht, bitte. Wir werden angegriffen. Komm, komm raus. Er ist entkommen. Er bitte Erlaubnis zur Verfolgung. Verweigert. Bleib am Eingang, vier. Zwei, kümmere dich um sie. Fünf und sechs, raus. Gib mir das. Oh, die brauchen noch viel zu viel. Also, da muss ich die Schädel doch ausmachen. Oh, die brauchen noch viel zu viel. Also, da muss ich die Schädel doch ausmachen. Schaut, schlaufe halt einfach durch. Ist okay. Ja, was mach ich hier? Och, nö. Aua. Da hat ich Dussel. Da sind noch mehr. Scheu ich sie raus. Ich gebe Deckung. Neue Ziele erfassen. Oh, die Schöpfe. Macht ruhig weiter. Ich hab den ganzen Tag zu. Ah. Donut war für Affe. Nee. Nee. Wie viele Granaten hält der aus? Wie lange? Die Frage meines Lebens. Die Station läuft frühestens in zwei Wochen wieder. Das sind Plasmaschäden. Alle wichtigen Ablingkomponenten sind durchgeschmort. Wir haben keine zwei Minuten. Deshalb zappfe ich die Überlandleitung an und verbinde direkt mit Colonel Holland. Sie stehen mir im Licht, Commander. Finde raus, was sie weiß. Wie heißt du? Wohnst du hier? Wie? 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 Also die Felsen und Hügel sehen das schaut echt cool aus. Hier. Ihre Landezone ist zu heiß. Verstanden. Dort. Bereithalten zum Empfang. Ja, Commander. Koordinaten erhalten. Sofortige Kurskorrektur eingeleitet. Die Schwertbasis des militärischen Nachrichtendienstes wird von einem Allianzschiff der Corvette-Klasse belagert. Orbital-Munition ist gegenwärtig aufgrund der Sensibilität dieser Einrichtung verboten. Leider konnte ich keine relevanten Daten zu feindlichen Truppen abrufen. Doch die Verteidigung der Basis ist ungenügend. Der MND hat um den Eingriff des Noble-Teams und dessen Hilfe bei der Sicherung der Schwertbasis gebeten. Okay, Leute. Das Schiff hat mir noch eine Weile am Hals. Kümmern wir uns um die Infanterie. Helft den Soldaten. Cat-Sex, look out! George, Emil, macht euch bereit! Los geht's, Lieutenant! Dann wollen wir mal! Cat-Sex, Angriff auf Schwertbasis zurückdrängen. Findet raus, womit wir's zu tun haben. Wir haben jetzt keine gepanzerten Schilde mehr. Schlagen wir einmal Köpfe ein. Ja, so gefällt mir's doch besser. Wir haben Feindkontakt, Spartans. Au, au, au. Au, au, au. Au, 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 au. Au, au, au. Oh, 6000 Kampagne-Tötungen! Oh, das geht dann langsam die Muni aus! Stop the Mist! Autsch, da ist die klassische, das klassische Plasma-Gewehr. Ich glaube, das wird jetzt das letzte Mal sein, dass wir dieses haben. Ab Halo 4 sah das dann anders aus. Oh, ich brauche eine Zweitwaffe. Ne, ne, ne. Nehme ich das doch als Zweitwaffe mit. Schwerzentrale, sehe Zielsuche. Oh! Gibt es Artillerie-Unterstützung im Gebiet? Begrenzt, aber wir priorisieren für 7M. Amalok? Hm. Okay, muss ich denn das hier nehmen? Drei Echo 5-7 kommt zurück zur Basis, aber wir werden verfolgt! Hören Sie! Drei Echo 5-7. Ach fuck, ich wollte den klauen, wenn das geht. Ja, gut, du hast es so gemacht. Weil ich hinten rennen müssen, um ihn zu klauen. Kein Beifahrer, Cat. Die Luftwehrbasis hat eine Flak-Batterie, die den Luftraum freihält. Die Flak ist im Westen, die Funkanlage im Osten, auf geht's. Die Registräger an den Energiestellen, die sich nah an der Flak-Trag. Jo. Oh. Okay. Wir haben nichts. Das ist ein Wunderschöne. Das ist ein Wunderschöne. Das ist ein Wunderschöne. Das ist ein Wunderschöne. Au, 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 au. Alter, ich wollte doch nur klauen. Ich wollte den doch nur nehmen. Oh. Oh. Oh! Oh. Oh. Ich wollte nicht die Waffe wechseln. Gut gemacht Spartans, jetzt zur Ferrogate Station bringen Sie die Funkanlage in Gang. Spartans Schwerzentrale hier, dachlos bräuchten etwas mobile Feuerkraft. Wo hat es denn hingeschmissen? Aaaaah. Wo hat es denn hingeschmissen? Deuce, deuce, deuce. Wir müssen die Funkanlage reparieren. Tja, schlecht gehabt. Wollt den vorher killen? Das war ein Erfolg für tausend Elite-Kills. Sag mal, wollt ihr mich umbringen? Dann ballern. Dann ballern. Dann ballern. Oh, mein Res are. Hier-All wird es dann sicherlich. Dann geht es dann so, was ich geprüft. Wir müssen das nicht schicken. Dann geht es um die Kabine zu essen oder zu essen. Dann geht es dir nicht. Dann geht es einfach. Dann geht es um die Kabine zu schicken. Dann geht es nach zwei Dr. und cure. Dann geht es um die Kabine zu schicken. Ah, so let's see. Nehmen wir doch mal mit. 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 Na toll, wenn ich deinem Eck nicht hingeblieben wäre. Nehmen wir doch mal mit. 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 Wir stecken im Turm-Atrium fest. Cat, wo seid ihr? Zum Tor. Äh, irgendwie ging das hier. Okay, bin ich unsichtbar? Schade, zu spät. Mit dem Armourlock hätte ich mich rüber. Also katapultieren können. Okay. Okay. Irgendwie ging das. Ja, macht ja nix. Reicht das hier schon? Ja. Der hat gereicht. Was du kannst, kann ich auch. Okay. Rapp. Für euch Bieste ist es genau richtig diesen Ghost hier mitzunehmen Schussposition Ja, nur das Hutler. Ähm... Ähm... Liegt hier noch eine zweite Farbe, die ich nutzen kann? Äh, Schrottflinde, Schrottflinde. Na, die normale. Äh... Was liegt hier? Na gut, dann muss ich halt eine Schrottflinde nehmen. So. Aber bevor wir hier diesen Aufzug hochgehen, sage ich danke fürs Zusehen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wisst, ja, liken, subscriben, verteidigt. Und wenn ihr es noch nicht schönes getan habt, die Noteshme aktivieren, dass YouTube-Basis mehr von uns sehen wollt. Solltet ihr euch YouTube nicht benachrichtigen, was von uns abgeht, gibt es noch den Twitter-Account für Dennis, den man Followern drücken könnte und einschränkt, dass alle Videos dann gezeigt werden. Herzlich bis zur nächsten Folge, wenn wir jetzt dann den Aufzug hochfahren und die Schwertbasis vollends verteidigen und, naja, weiterhin Widerstand gegen die bösen, bösen Allianzler leisten. Herzlich bis zur nächsten Folge. Tschö! Bis zum nächsten Mal.